Moin Leute und willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Heute ist es etwas Spezielles, denn ich und Roman machen ein neues Projekt, nämlich wir spielen einfach so wie auf Normals, also Minecraft normal in Survival und ja, wir sind beide so wie Solo-Typen und wir machen vielleicht später so 1v1s und so weiteres. Also lasst doch gerne einen Daumen hoch und ein Abo da, wenn euch das gefällt. Es gibt so ziemlich keine Regeln, wir können uns auch gegenseitig töten, also es ist alles PvP und ja, und, ah ja stimmt, das wollte ich auch noch sagen, der Roman, also ihr hört in diesem Video Roman leider nicht, denn ich habe irgendwas in OBS vergessen einzustellen, es tut mir wirklich sehr leid, ja, also in der nächsten Folge, bis zur nächsten Folge habe ich das Problem bestimmt behoben. Und nun viel Spaß mit dem Video. Okay, ich würde sagen, wir fahren hier ein bisschen weiter. Und dann bin ich da. in der zeitraffer drin so warte ich so okay natürlich warte ich sag das labern wir später also leute ich habe jetzt hier erst mal ein paar märts schon gefahren dieses chicken ich habe schon richtig viele ich fiel schaffe also leute ich zeige euch mal einen kleinen überblick was ich jetzt schon so habe also wir haben wir braten hier gerade ein bisschen vielleicht ich packe jetzt noch das chicken rein also wir warten hier fleisch und schicken und ja wir haben das ist unser ganzen mit bis jetzt ich würde sagen langsam und wir uns hier in diesen in diesen in diesem bereich bauen wir uns unsere kleine hütte erst mal rein für den anfang und dann gucken wir später was wir so weitermachen können also erstmal kraftig jetzt mal so so und die kiste dahin dann alles sein da okay weißt du was wir müssen das essen und hier auch noch was rausnehmen wir brauchen zwei von dem zwei von dem dann machen wir schnell zwei packen leute dann können wir auch nach nach der main und weiter besuchen so let's go machen wie eine kleine wanderung oh heilige scheiße wir haben hier einfach wie viele schafe sind das vier schafe noch mal ich habe die alle weg vielleicht könnten wir so ein kleines lager mit dem zelt machen das habe ich mal ich war mal früher weißt du roman wir hatten mal früher bei bei dir auf der ps haben wir habe ich so ein zelt gebaut daten wir auf so einer welt habe ich so ein riesiges zelt gemacht okay hier gibt es kohle ja ja ohne du solltest es auch löschen wir hatten projekt auf wir hatten so mein projekt mit der ps4 gemacht wir haben beide auf der ps4 gemacht und das war so ein schrott das war die das war alles die qualität und das war einfach nur scheiße deshalb dachte ich mir jetzt wo ich ein pc habe lösche ich das besser und start nochmal von neu oh reisen natürlich dicker wenn das video scheiße ist mitsch ist ja noch mehr eisen ist ja richtig geil gerade hier ist hier ist eisen auch noch unter wasser kann ich das noch so zack jetzt gibt es auch noch ein bisschen kohle die können wir auch noch gerne mitnehmen Lucy diese auf 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 Ok, ich würde sagen, dass ich erstmal gehinkohle. Ich geh hier mal schnell wieder raus. So, tun wir mal weiter. Oh, direkt die nächste Höhle. Das ist mal was. Ja, komm, wir nehmen ein bisschen Kohle, dann können wir mitnehmen. Ich nehme die Fackel mit und... Ich würde sagen, wir gehen schnell zurück zu unserem kleinen Lager, das wir haben. Und gucken mal, was wir so machen können. Wir haben ein bisschen Eisen und Kohle, das ist echt gut. Ja, wir brauchen Holz. Und komm, lass ich schnell ein bisschen holzwarmen. Ja, wir brauchen... Untertitelung des ZDF, 2020 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 gut, es ist auch ein bisschen nervig immer bei einer Mine zu sein ja, hier haben wir halt aber auch ein Teich das ist halt echt super eigentlich na, ich meine das ist ein guter Spot hier okay, dann machen wir das hier ciao Leute und ich hoffe euch hat diese Folge auf meinem Kanal gefallen, das ist diese erste Minecraft-Folge, mir und Roman ihr habt wahrscheinlich auch gerade schon gehört hier auf diesem Grundstück werde ich mein Haus bauen ich kann euch mal zeigen, da hinten ist so ein Eichenholzwald, hier ist so ein keine Ahnung, ich weiß nicht wie man dieses Holz nochmal nennt aber ja, wir werden hier alles schon rund und flach legen und uns eine schöne Hütte hier aufbauen und wenn ihr das sehen wollt, diesen ganzen Prozess, wie das so vorgeht dann schaut euch doch bitte die nächste Folge an, um auch das Endergebnis zu sehen ich hoffe euch hat diese Folge gefallen, haut rein und ciao how are you today E Ờ E E E E E E E E Vielen Dank.